Hallo, 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 hier haben wir ein liebes Paar, hallo, kleine läufige Hündin mit kleinem potenten Freund, ja, die sind hier in der Tarantelle. Box Nummer 5, eben drum, weil die beiden sich gar nicht mehr einkriegen, vor lauter Sex, das kann man ja im Tierheim echt nicht machen, eine läufige Hündin irgendwie in den Zwinger setzen, wird ja durchgedreht, ne, und die sind ja auch nicht doof, die Nachbarn von links und rechts und gegenüber, die sehen ja, was da geht, darum können die sich jetzt hier ausleben, die werden ja eh jetzt bald kastriert. Sehr freundliche, kleine Hündin, sehr freundlicher, kleiner Rüde, leider auch gerade die Namen nicht parat, aber stehen ja dann wieder oben schon im Text drin. Schnappadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadad schnodeldeldeldadeldu schnandid caregiver schnobi dub tub tub muua